Guten Abend Leute! Willkommen zum zweiten Tag der Challenge. Ich möchte ja jetzt jeden Tag anstatt YouTube oder irgendwelchen anderen sozialen Medien einfach was mit Freunden unternehmen oder halt rausgehen und den Kopf vollbekommen von gewissen Schulsachen oder Personen. Wir sind jetzt hier über Weile also in seinem Heimatplatz. Ich zeige euch mal wie es unsere Sicht gerade ist. Professionell und so. Genau wir laufen jetzt gerade da irgendwo rum und dann haben wir noch ein Thema über das wir sprechen und das war es dann auch schon für den heutigen Tag. Dann habe ich später noch Jungscha und genau. Bis dann! Bis dann! So wir sind jetzt da gekommen und haben gerade irgendwie... Oh volle Kanne! Wir hatten gerade das Thema mit Schnitt und Schneiden. Ja genau, Schnitt und Schneiden wahrscheinlich. Wir hatten gerade das Thema mit wie uns das Schnitt sich verändert hat oder fortentwickelt. Das kann man ja je nachdem nicht so wirklich sagen. Weil wahrscheinlich im Jahr sehen wir unsere Videos dann wieder komplett anders, die wir jetzt zum Beispiel machen. Ups, hab ich vorhin in die Pfiffe gedacht. Na ja? Ja, wir haben jetzt halt über das Thema von den Videos, die auf unserer Homepage sind. Von C4M halt. Von der Kirche. Von der Kirche. Genau. Mit C4M zusammen. Dreisam. Ja halt. Und dass ich halt ältere Videos eingeschaut habe und bemerkt habe, dass ich einen total anderen Schnittstil habe und so. Beziehungsweise da habe ich halt einfach auf alles irgendwelche Effekte drauf geklatscht. Und Elias hat auch noch ein bisschen was dazu gesagt. Ja, da kann man so nehmen. Ja, klar. Also bei mir war es so, ich habe in der siebten Klasse, also jetzt vor zwei Jahren, ein Landstein Video gemacht von uns im Landsteinheim. Und ich habe mir jetzt das heute nochmal angeschaut, weil ich jetzt einen Abschlussfahrt Video machen soll. Und ich habe mir jetzt so gedacht, what the fuck, was habe ich da gefilmt und der ist recht geschnitten. Weil das sind null Farbkorritur. Okay, mache ich jetzt immer noch nicht. Und die Cuts sind irgendwie so, ja, was mache ich da? Und ja, man merkt auf jeden Fall, dass sich da was geändert habe. Und ich werde jetzt auch meinen Schnittstil wieder ändern, weil der Schnittstil... Anders Programm und so. Anders Programm ich da jetzt Premiere Pro nehme ich. Oh, ich kriege dort. Und da ich jetzt mal bei Bene gesehen habe, wie er schneidet mit Premiere, werde ich jetzt so ein bisschen nachmachen, weil sein Schnittstil ist schon einfach so geiler. Ich mache halt Cuts, wann es gerade passt. Und er macht es halt nach Musik. Nach einer Stunde auch nicht. Genau. Und da werde ich jetzt mein Schnittstil ändern und dann mal schauen, wie meine Videos werden. Genau, also ich schneide eigentlich auf Sony Vegas und habe das auch schon die ganze Zeit gemacht. Aber ähm... Ich will nicht im Witzler machen, sorry. Ähm, wir hatten jetzt den... Was war das? Movie-Time-Trader? Genau. Den werden wir wahrscheinlich Dienstag oder so sehen. Sag ich jetzt. Ja, okay. Ja, mal schauen. Also ich hatte eigentlich für Dienstag oder so Zeit gefahren, aber gut. Sind schon, dann brauchen wir Donnerstag oder so. Ja, genau. Das schauen wir noch, wann der hochkommt. Das wird er dann sehen. Ähm, am Samstag werden wir übrigens noch live streamen. Also nicht verfassen, pass um morgen, wenn ihr das jetzt seht. Ähm, genauer bestimmt machen wir dann da weiter. Ähm, fertig. Nicht weiter. Ja. 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 Was wollte ich noch ansprechen? Ähm. Achso, ja genau. Also wir haben da jetzt, sagen wir es so, ähm, komplett, komplett zur Musik geschnitten. Achso, jetzt... Also komplett, komplett. Ja, komplett, komplett. Ja, genau. Zum Beispiel bei jeder Hi-Hat einen neuen Cut gesetzt. Also beim Plaksoe dieses... Ähm, jetzt könnt ihr euch bestimmt was darunter vorstellen, ne? Vor allem würde mich echt mal interessieren, wie viele von euch haben überhaupt auch noch minimal Erfahrung mit Schneiden und wisst, wovon wir gerade labern. Genau, da wird jetzt auch hier oben, oder hier oben? Ich glaube da. Hier ist auch für euch. Eine Umfrage gekommen, ähm, wer dann schon Erfahrung mit Schneiden hat. Oder mit Schnitt generell. Das war's. Und ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Programm und... Ja, eigentlich generell, was ihr so schneidet. Falls ihr einen YouTube-Kanal habt, schreibt es mir auch unten um. Das ist dann der Kanal, von dem zu kommentieren tut. Unten in die Kommentare, dass ihr einen Kanal habt. Dann schaue ich da gerne mal vorbei. Ja, das schaue ich auch. Und, äh, was ich noch sagen wollte, wir haben jetzt den Movie-Time-Trailer in Premiere geschnitten. Der Benni, äh, weil bei Bennis Hardware es irgendwie nicht ging, wie der Festplatte, wir haben mit den Dateien drauf. Ähm, weil die drei Laufwecke hat, sprich Windows 10, kommt damit nicht zurecht. Dann hab ich's auf dem Mac-PC versucht, von mir daheim. Und da hab ich halt nur Premiere drauf. Und dann haben wir's halt auch bei Premiere geschnitten. Genau, also, das muss ich nochmal erklären. Wo ist euch jetzt in Drogenlaune auf dem Moment? Genau, also, schaut mal. Bisschen fritzig. Und ich hab halt, weil du findest, du bekommst, ich grad erst wieder. Ich brauch gar viel Schuh machen. Hehehe. Also. Toll wie viel wohl jetzt? Jetzt haben wir umgedreht. Meine Schuhe sind wasserdicht. Meine ist echt nicht. Ah ja, lecker. Ja. So was macht man für Locations und so. Ähm, genau. Wir, also ich muss sagen, es ist komisch auf einem anderen Programm und auf einer anderen Software zu schneiden, weil auf Mac ist irgendwie alles komplett anders als auf Windows. Du hast eine komplett andere Tastatur und auch komplett andere Kürze. Oder halt Shortcuts. Ja, genau. Also, zum Beispiel jetzt Bessie. Ja. Weißt du, in Vegas ist der Shortcut für den Schnitt. Ähm, S. Bei Contaster Studio 9 auch. Ähm, genau. Bei Contaster Studio auch. Mac denkt sich so und Premiere Pro. Ne, warum? Warum sollten wir uns auf Deutsch umstellen? Wir machen einfach 10. Doch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, wir reden jetzt auch schon 5 Minuten. So viel zum Thema Video auf 10 Minuten strecken und so. Was? Weil ich nur, dass ich Werbung einblenden kann. Genau, nur, dass ich Werbung einblenden kann, mit der ich dann nichts verdiene. Das ist doch klar. Und schön, dass ich scharf bin. Ähm, genau. Jetzt kommen ein paar cinematische Clips. Und dann reden wir nochmal über das andere Thema. Und über das eigentliche Thema. Genau, über das eigentliche Thema. Ja. So, und dass ihr euch nicht wundert, warum es so dunkel ist im Vergleich zu gestern. Ich bin gestern direkt nach der Schule, ähm, hergelaufen, also rumgelaufen. Da war auch ziemlich geiles Wetter, muss ich sagen. Ja. Heute war auch echt geiles Wetter. Ja. Aber wir haben halt schon halb sechs und deswegen... Ja, genau. Es war schon dunkel. Weil Winter und so. Ja. Also ich muss sagen, ich hätte es halt halt einfach nicht früher geschafft. Deswegen... Ja, ich musste noch zum Schuhgeschäft, beziehungsweise zum Sportgeschäft bei uns in der Nähe. Und... Und bin dann direkt nach dem Mittagessen dahin. Jetzt bin ich direkt weiter zu ihm, zu Elias. Und deswegen ist es jetzt ziemlich dunkel. Ich hoffe, dass das noch irgendwie zu retten ist. Und ich trottel habe jetzt vor allem gestern... Ne, vorgestern kam Licht an, an der LD-Licht. Und ich habe vergessen, das jetzt mitzunehmen. Ich hätte auch einfach mal mitdenken können. Ja, jetzt verzeiht uns das bitte. Ähm, es war halt jetzt irgendwie ein bisschen ungeschickt. Ich weiß aber auch noch nicht, wie es morgen aussehen wird. Weil... Da habe ich Fußball. Ähm... Ja... Also Fußball. Also halt... So mit kleinen Kindern. Ähm... Das ist so von der Gemeinde aus. Und da helfe ich dann halt mit. Dass da halt dann aufblöht, wenn ich das aufzahlen lassen würde. Aber gut. Ähm... Ich denke... Da muss ich dann halt einfach schauen, wie ich das mache. Ähm... Ich werde euch aber auch... Ich denke, das werde ich aber auf jeden Fall noch hinbekommen. Ähm... Wenn nicht, dann verzeih es mir bitte. Also... Noch mehr Cinematics! Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, tschö. Tschö. the smoke. Now what I imagined. I've been down this road before. And nothing is changing. Also irgendwie wissen wir jetzt auch nicht, wovon es kommt, aber es hat nicht geregnet. Es hat nicht geregnet, aber wir stehen hier überall Spitzen und der Rasen ist nass wie sonst was. Ich bin schon fast schon sumpf hier überall. Und ja, wir haben nasse Füße. Wir wollen uns ja immer beschweren, aber es ist halt etwas unangenehm gerade. Jetzt sprechen wir noch schnell das Thema an. Mit Tatenlampe. Handy. Handy. Weil man es sonst sieht. Also wir haben uns überlegt, oder Andreas hat sich überlegt. Achso ey, das war mein Einsatz. Was unsere Meinung ist, ob man eher eine günstige Kamera und dafür ein schlechtere Kamera und dafür ein gutes Objektiv oder eher eine gute Kamera und dafür ein schlechteres Objektiv nehmen würde. Und ich würde jetzt klopft einfach mal anfangen. Ja. Lass uns mal kurz da auf dem GdW gehen, sonst schlafen wir, denn ich bin auf der Straße. Ich finde, gerade auch weil ich mit einer Einsteigerkamera zwei Jahre gearbeitet habe, dass man gerade auch mit einer Einsteigerkamera ziemlich viel reißen kann mit einem guten Objektiv. Beziehungsweise, du könntest ja theoretisch schon gute Objektive für günstig bekommen. Also es gibt ja zum Beispiel von Ken 50mm 1.8. Das ist ja eigentlich 100 Euro Objektiv. Also im Vergleich zu anderen. Das ist zwar eine Fertspontweite. Das heißt, du kannst nicht zoomen. Aber im Vergleich zu anderen ist es einfach komplett billig. Macht trotzdem richtig schöne Bilder. Aber ja, hättest du jetzt eine schlechtere Kamera meiner Meinung nach. Und er hat eine schlechtere Optik und eine bessere Kamera. Dann, ja, keine Ahnung. Finde ich, sieht das Bild nicht so gut aus als mit einem besseren Objektiv und einer schlechteren Kamera. Deine Meinung? Das ist auch so. Weil, ähm, klar, die 70s, die ich verwende, die ist jetzt auch keine schlechte Kamera. Aber ich merke es halt auch, weil mein Bruder, mein Vater, früher Fotografie gemacht hat. Er hat halt auch recht gute Objektive. Und wenn du die Objektive vorne dran schraubst, die Qualität ist einfach tausendmal besser. Weil du hast viel wärmere Farben. Und das Bild ist einfach viel schöner und alles. Und ich filme jetzt momentan ziemlich viel mit dem Standard-Zoom von Canon. Und man merkt halt einfach, das sieht einfach nicht so gut aus wie ein gutes Objektiv. Vor allem, man merkt es auch ziemlich schnell an der Schärfe. Ähm, lass uns mal kurz auf den Gewickel. Ähm, zum Rest spielt bei einem Hotel. Ja, es muss nicht unbedingt Einsteiger-Objektiv sein. Aber so ein ziemlich billiges China-Objektiv, sag ich jetzt einfach mal, ist dann meistens nicht so scharf wie ein, ja, teureres Objektiv. Nee, ist jetzt einfach mal. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Preis zu tun, weil man auch mit älteren Linsen, die zum Beispiel ziemlich billig sind eigentlich. 20 Euro theoretisch. Also könnte man theoretisch auf Ebay für 20 Euro bekommen. Wir kommen gerade überhaupt nicht auf den Punkt. Nee. Aber man merkt jetzt definitiv bei neueren China-Linsen, äh, Linsen-Optiken, dass da einfach die Schärfe fehlt. Also finde ich jetzt. Ja. Ich würde zum Beispiel, weil, wie gesagt, ich verwende die ganze Zeit das, ähm, Standard Zoom von Ken. Einfach weil, auf meinem Gimbal, ich kann keine langen Objektive drauf machen, weil ich sonst nicht den Schwerpunkt finde. Auch keine schweren Objektive? Nee, langen. Ich meine schon lang. Okay. Weil der Schwerpunkt dann so weit vorne liegt, also vom Gewicht her ist kein Problem theoretisch. Aber der Schwerpunkt liegt dann so weit vorne, ich kann die halt nicht auf dem Gimbal schrauben. Also ich kriege sie nicht ins gleiche Gewicht. Und deswegen muss ich kürzere Objektive nehmen. Und da habe ich ja nur 50 Millimeter Festballmeider. Und das ist Standard. Das ist doof zum Film, muss man kurz dazu sagen, weil 50 Millimeter sind meistens auf... Kann ich mal kurz einstellen? Hast du schon 50 Millimeter? Äh, ja, Moment. Das wäre dann zum Vloggen so. Und das ist halt dann, man merkt ja schon richtig. Das sind jetzt 12 Millimeter gleich, also auf Microfassort. Das heißt, ca. 18 Millimeter auf A4C. Ja. Das sollten ungefähr 18 Millimeter sein bei ihm. Ja, also es ist ziemlich doof zum Vloggen und generell zum Filmen eigentlich. Außer du hast halt irgendwie Stativhunden dran oder so. Dann ist das ziemlich legal. Aber man merkt halt einfach, dass die Qualität von diesem Standardzug um 1.000 Euro vielleicht erwischt. Also jetzt wollen wir einen 50 Millimeter Festballmeider zum Beispiel. Das hat eine super Qualität und es macht so schöne Bilder und alles. Ja, genau. Jetzt müssen wir das ein bisschen beeilen. Ich habe jetzt nämlich Jungs, die müssen in 3 Minuten da sein. Alter. Eine Minute? Okay. Mach das Ganze jetzt nur nach größeren Herausforderungen. Nein. Wir schaffen das aber, denke ich. Nein. Ja, okay. Eine Minute vielleicht nicht, aber innerhalb von der nächsten 5 Minuten und mich halt kurz zu spät dran. Seitdem wir das schon schaffen. Genau deswegen schalte ich jetzt schnell die Kamera ab und danach machen wir noch kurz eine Abmoderation. Ja. Also nach der Jungscheu. Bis dann. Ciao. So, jetzt sind wir zurück von der Jungscheu. Ich habe Elias jetzt einfach mal mitgenommen. Zu uns. Ich hoffe, dass man jetzt überhaupt irgendwas zieht beim Weg, weil wir halt einfach gerade seine Lampe da haben. Ich hoffe, dass es für euch in Ordnung, dass es einfach nicht wirklich viel geschnitten ist. Weil ich... Ups. Ich war schon halber in... Sieht jetzt ja nicht so Licht, ey. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht so viel ausmacht, dass ich nicht so viel geschnitten habe und nicht so viel cinematisches Zeug aufgenommen habe. Weil... Einfach ziemlich dunkel war und ich wollte jetzt auch nicht so viel Mist drauf nehmen. Und man sieht ja, wir sehen überhaupt gar nicht, wo wir sehen. Ja, wir sehen komplett gar nichts. Das kann ich ja mal umdrehen. Ja, nee. Du musst mal überlegen, durch das Licht, das wir hier haben, Sieht man halt erst recht nicht. Zweimal steht jetzt Licht rein. Ja, genau. Ähm. Okay, wir sollten ungefähr geradeaus laufen. Ich hoffe, dass es euch, wie gesagt, nicht so viel ausmacht, weil es einfach ziemlich dunkel war und ja, dann hätte es sich eigentlich auch nicht wirklich gelohnt, wenn wir da jetzt so viel aufgenommen hätten. Beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich gar nicht so coole Sachen machen können, was mal schwierig ist. Ja, also wir haben halt einfach momentan, also in diesem Video ist gerade sehr viel geredet einfach. Ja, genau. Ähm. Aber ist halt einfach mal was anderes. Ich hoffe, es ist auch in Ordnung. Genau. Ihr könnt auch mal bei Elias vorbeischauen. Für den nehmen wir jetzt auch noch schnell was auf. Ein kleines Gesprächsthema mit Kameras auch, wie bei mir. Ja. Und genau. Dann schauen wir mal, wie wir es morgen dann weitermachen. Ähm. Ich habe schon einen Kumpel gefragt. Mit dem treffe ich mich dann nach dem Fußball, von dem ich schon erzählt habe. Und genau. Dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Bis dahin. Ciao. Chau.